Ideen sind scheiße, sagt Gary Vaynerchuk, ein Unternehmer, und ich stimme ihm vollkommen zu. Lass mich erklären, was er meint. Zuerst einmal, es ist im Deutschen überhaupt nicht schlimm, scheiße zu sagen. Viele Leute sagen scheiße und es ist nicht so wie in den Vereinigten Staaten, wo es sehr verpönt ist, solche Wörter zu benutzen. Wenn ich in den Vereinigten Staaten bin und ich sage shit, dann regen sich ganz viele Leute auf. Manchen Leuten ist das egal, denen kümmert es nicht, aber es gibt manche Leute in den USA, die nicht wollen, dass man solche Wörter benutzt. In Deutschland ist das anders. Da gibt es eigentlich so gut wie niemanden, der irgendein Problem damit hat, wenn man scheiße sagt. Zumindest bin ich noch nie so einer Person begegnet. Wir Deutschen machen uns sogar ein bisschen lustig darüber. Es gibt diesen Spruch, scheiße sagt man nicht, da geht die Moral in Arsch. Das ist ein Spruch, um auszudrücken, eigentlich sollte man es vielleicht nicht sagen, aber im Spruch benutzt man ja selber ein schlechtes Wort, Arsch. Und damit macht man sich ein bisschen lustig über die Leute, die denken, es ist irgendwie wichtig. Also, das sei nur gesagt im Vornherein, dass es im Deutschen nicht schlimm ist, scheiße zu sagen. Der Gary Vaynerchuk ist damit also ein bisschen kontroverser, wenn er das auf Englisch sagt in Amerika. Er ist, wie gesagt, ein Unternehmer, den ich sehr respektiere. Und was meint er damit? Was meint er mit Ideen sind scheiße? Er meint damit, dass es nicht bringt, Ideen zu haben, wenn man nichts damit tut. Wenn man nur die Idee hat, dann nützt es einem überhaupt nichts. Jeder hat Ideen. Wir alle haben ganz viele Ideen, was wir machen könnten oder irgendeine Geschäftsidee oder irgendeine andere Art von Idee. Aber wenn wir nicht handeln, dann nützt uns das gar nichts. Dann sind Ideen vollkommen scheiße. Also Ideen sind scheiße, wenn man nicht danach handelt, wenn man nur die Idee hat. Handlung ist der Schlüssel. Ich muss handeln und etwas aus der Idee machen. Ansonsten bringt es einfach nichts. Und das ist die Idee von Gary Vaynerchuk. Und ich stimme vollkommen zu, denn es ist wirklich so. Ich meine, ich habe oft viele Ideen in Bezug zu Authentic German Learning, aber ich handle bei weitem nicht so viel, wie ich sollte. Manche Ideen habe ich einfach nur und ich denke mir, ah ja, irgendwann in der Zukunft kann ich die Idee machen. Aber wenn ich mir das sage, dann heißt es oft, dass ich nie dazu komme. Und es ist wirklich auch so, dass wir jede Idee umsetzen können. Also wir können, wie soll ich das sagen, also wir haben ein Ziel, ja. Wir haben eine Idee. Und oft ist das, was uns davon abhält, dieses Ziel zu erreichen, einfach nur, dass wir nicht handeln. Ja, ich kriege immer wieder mit in meinem Leben, ja, dass ich manche Dinge vielleicht hätte erreichen können, wenn ich einfach nur gehandelt hätte, ja. Und oft vergeuden wir ganz viel Zeit, ja. Oft nutzen wir die Zeit nicht optimal, die uns gegeben ist. Und ich denke, es ist eine Frage der inneren Einstellung, ja. Dass wir einfach uns aufraffen und etwas tun, ja. Dass wir einfach handeln. Und wenn wir das tun, dann sind Ideen super. Und dann können uns unsere Ideen sehr viel bringen. Also, was denkst du? Sind Ideen scheiße? Und habe ich dich inspirieren können, ein paar deiner Ideen endlich umzusetzen? Ich bin gespannt auf deinen Kommentar. Tschüss, bis morgen.